Hallo, was klappt? Ja, ich habe es ein bisschen aufgelockert, die Bauern teilen sich auf. Hier sieht es schon etwas vernünftiger aus. Genauso hier. Das sieht ein bisschen bescheuert aus, das alles. Aber ich glaube, besser bekomme ich es nicht hin. Läuft zum Auto. Das benutzen die als Parkfest. Das ist natürlich überhaupt nicht mein Ding. Im Tunnel parken ist absolutes Taboo. Ihr Schweinegel, hier geht es gar nicht, okay. Wahrscheinlich so gespeichert. Parken, parken, parken ist hier absolut verboten. Die sich alle aufteilen. Da parken die jetzt. Sehr schön. Ja, es werden Parkplätze benötigt. Aber ich mache es aus. Dafür muss ich dann halt wohl tatsächlich Parkplätze bauen. Hier ist absolutes Parkverbot. Gut. Dafür baue ich dann halt demnächst wohl dann Parkplätze. Aber größere. Mit Platz. Dann muss ich mir halt welche Merced Editor bauen. Basteln. Meinen eigenen. Es gibt natürlich auch fertige im Netz. Aber, pff, du, pff. Parkplätze erstellen ist, glaube ich, das geringere Übel. So, die habe ich jetzt hier eigene Stromversorgung. Mal gucken, was passiert, wenn ich das rüber schicke. So. Und hier staut er sich noch nicht. Es sieht eigentlich ganz vernünftig aus. Und hier ist es nicht zu doll ausgelastet. Gefällt mir. Die fahren raus. Einige fahren rein. So sollte es eigentlich aussehen. Hier kommen einige wollen wahrscheinlich auch hier links rein. Oh, da. Nö, die fahren weiter Richtung Brabenhöfe. So, so. Oha, Alter. Das sieht richtig schlimm aus. Ich glaube, hier mache ich eine Ampel. Ähm. Ja. Ampel setzen. So. Jetzt habt ihr eine Ampel. Ähm. Ja, mal schauen. Vielleicht muss ich mich darum noch kümmern. Aber jetzt mal erst mal nicht. Hier läuft's. Die Leute ziehen aus. Ähm. Arbeitsplätze schaffen. Das mache ich mal schleunigst. Wasserversorgung haben wir noch ausreichend. Und Strom ist noch akzeptabel, ne? So. Jetzt kommt die nächsten Park. Äh. Ja. Äh. Industrieflechten. So. Und dann vielleicht nochmal. Ich darf mal Fußwiege verteilen. Genau so wollte ich es nicht. Das sieht voll scheiße aus. Ähm. Jawoll. So. Immer noch Kacke. Das ist echt viel näher ran, ey. Das ist doch errorlich. So. Ich glaube, so mache ich das. Das sieht schicke aus. Ähm. Halt immer ein bisschen etwas rein. in die Straße. Mal ausprobieren, wie das klappt. Aufnahmeprogramm hat mich jetzt bisher nicht verlassen. Das finde ich ganz gut. Action von Merylis. Das hatte ich eine Zeit lang. Äh. Beziehungsweise damit hatte ich einige Zeit lang Probleme. Ähm. In Cities. In Cities habe ich, äh, die, die Dings hier. DSR von NVIDIA aktiviert mit so einem Kommandozeilen-Befehl. Äh. Und damit hatte Merylis Probleme. Aber jetzt scheint es nicht mehr zu stören, das, das Ding. Das ist ganz gut. Merylis hat einfach während der Aufnahme stumpf aufgehört aufzunehmen. Und das gehört sich nicht. Das ist natürlich nicht die feine Art. So. Ja, das sieht sche... Das ist so. Ich glaube, ich lasse das so. Und die Rockmusik gut. Sehr entspannend. Hoffentlich ist sie, äh, YouTube lizenzfrei. Äh, 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 so. Einfach mal Sturm, ein paar Straßen verteilen. Hier auch. Vor allem hier. Würde ich sagen, einfach mal in der Mitte aufteilen. Das bietet sich hier wunderbar an. Zip Top. Hier auch. Einfach mal rüber. Bam. Und hier rüber. Ich mach mal zwei Kacheln. Ein bisschen mehr Platz schaffen. Das ist schick. Und Water ist natürlich da. Ähm, und ich lösche mal vorher die Bäume. Falls die Industrie wieder verschwindet, kehren die Bäume nicht mehr wieder. So. So. Sehr gut. Da könnte ich ein paar Büschchen verteilen. Einen großen Busch. Mit einem Baum. Mal gucken, ob's überhaupt klappt. Na, okay. Mal gucken. Mal gucken, ob die Bäume verschwinden. Ähm. Dann würde ich sagen, let's play. Der Schein hier. Das ist sehr schön. Und der Wunsch danach wird dann nach und nach senken, sinken. Und dann ziehen wieder Leute ein. Arbeitsplätze werden geschaffen. Hart expandieren. Bei Plus sieht nämlich nicht ganz so blendend aus. Oh, hier könnte ich dann währenddessen ein paar Wege verteilen. Hier zum Beispiel. Ist noch gar nichts los. So. Die Wege erinnern mich so ein bisschen an. Silent Hill. Die Gassen. Wenn man da rumhört. So eine Gasse zum Schluss. Dann ist sie um eine Baustelle. Und dann. Oder am Zaun. Da geht's nicht weiter. Liegen dann Leichen. Ja. Die Feuerwehr stört gerade massiv. So. Mein Wunsch nach Gewerbe steigt. Ich will mal gucken. Ein paar. Oha. Feuerwehr. Deshalb. Deshalb. Was ist sie los? Ich brauche noch viel. Wehr. Ja. Okay. Scheiße. Vielleicht. Ja. Vielleicht könnte ich nochmal eine Autobahn-Auffahrt machen. Hier hin. Nur da. Einmal nicht. Nein. So. Da eine Feuerwehr. Damit es safe ist. Alle hier an. Jo. Hab ich an. Geil. Äh. Weil er staut sich sehr. Das ist nicht schwer. Ähm. Am besten halt direkt mit der Hauptstraße. Ich probiere mal was. Einfach nur eine Straße. Eine Straße. Das ist eine Einbahn-Autobahn. Genau. Die löse ich mal hier. Hier vorne. Also mal voll geil hier. Einfach mal parallel dabei. Mal gucken. Mal so rumschlenkern. Und dann kann ich natürlich in derselben Atemzug die hier miteinander verbinden. Mal so rumschlenkern. Aber ich mach mal bis dahin. So. Dann führe ich eine Straße. Das ist eine Einbahnstraße. Dahin. Äh. Weiß nicht, ob das so sinnvoll ist. Ja. Ich mach das einfach mal. Und hier. Hier mit verbinden. Das sieht grad geil aus. Ähm. 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 Äh. So. Schärferlos. Solche Seile, die voll von so einer Kurve fliegen. Das geht ja gar nicht. Es sei denn, da ist grad richtig viel Wind. Geil. So. Das einzige, was die machen, ist runterhängen. So. Fertig. Ähm. Wird nicht benutzt. Oder das muss den Leuten vielleicht nur einfallen. Die wollen aber auch alle da hin. Vielleicht. Sollte ich das hier mit verbinden. Das mach ich mal. Warte mal. Die dicke Straße. Das wird eine schicke dicke Straße. Mit grünem. Schwede. Das hier, ne? Anarchie. Muss hier die Anarchie, wenn ich's brauch. Da. So. Ist doch nicht. Scheiße. Äh. Das hier. Oh. Da ist irgendeine Straße. Kacke. Pause. Das hier. So. Genau. Und dann machen wir folgendes. So schön es auch aussehen mag. Das ist scheiße. So. Nochmal. Diesmal super schick. Okay, warte mal. Das schiebe ich mal so hin. Ja, genau so wollte ich es haben. Äh. Eine Autobahn direkt darauf. So. Mal gucken, ob sich das Ding hier auflöst. Ein bisschen. Ja, ich habe ja sehr viele Straßen, die Anbindung haben. Wir haben aber halt keine wirkliche Autobahn-Auffahrtauffahrt. Eine einzige nur. Was habe ich mir bloß dabei gedacht? Ich bin so doof, so blöd. Ähm. Ja. Mal gucken. Ähm. Gut. Ein Wunderwunsch steigt ein bisschen. Gewerbe wäre schön. Hier ist Müll. Könnte ich nochmal eine Müllhalde bauen. Wie angegossen. Und natürlich, das geht jetzt auch. Ich habe ja sowas hier. Bäm. So. Ich habe ihn aber jetzt auf Leeren gedrückt. Genau. Müllverbrennungsanlagen könnte ich bauen. Äh. Das hier. Anarchiv wie immer an. Alles verbunden. Stromnetz auch. Jawohl. Super. Und ich mache hier irgendwo so einen Schein. Ich muss mal eben tausend Fusch-Sachen hier lösen. Ich weiß, warum ich das so einen Zigzag-Kurs gemacht habe. Ähm. Wie der Strom da besser verteilt wird. Der Strom. Aber das brauche ich nicht. So. Gut. Hier bauen sie auf. Schönes Unternehmen. Steht nur Kram. Alles klar. Vielleicht brauchen die noch Arbeitsplätze. Von neuen Arbeitern. Lass die da machen, was die da tun wollen. Keine Ahnung, was die da tun. Aber die tun es dann halt. So. Einwohner ziehen aus. Immer noch. Sie wollen jetzt auch noch Gewerbe, ihr Schweine, ihr. Äh. Wie läuft es hier eigentlich? Gut, ne. Egal. Es läuft komplett durch, Alter. Habe ich gut gelöst. Irgendwann. Bis auf hier. Da haben sie immer noch Probleme. Und wie schaut es da oben aus? Ja. Viel lockerer. Und hier unten? Jetzt wollen alle mehr nach unten fahren. Ähm. Aber wie es scheint, klappt es noch einigermaßen. Ja. Passt schon. Kommt nach und nach rein. So soll es gehen. Und fahren laut wieder raus. Machen wir eure Runden. Der ist klug. Der liegt schon hier. Wetten der? Der fährt gleich dahin und liegt dann wieder ab. Und fährt dann dort. Jo. Einige können halt hier abbiegen, aber einige sind halt so doof dafür. Guck. Aber so. Es läuft. Die Industrie ist da. Das ist jetzt Öl. Ach ja. Eine Ölgesellschaft. Genau. Öl ist gut. Ich mach Minus. Das ist nicht gut. Und Minus 412. Ich glaub, es findet wieder ein Masse-Sterben statt. Ach. Wale. Sterberate. Die steigt an. Genau. 183. Jetzt haben wir 211. Die Geburtenrate. Es beginnt bald. Aber irgendwie kostet sich immer öfters wiederholt. Das mit dem Sterben. Lassen wir die Leute sterben. Ähm. Ich will eben die... Ach, Alter. Die Fliehtöfe. Die ist alle. Die ist alle. Stopp. Die ist auch alle. Da geht noch was. Da geht noch was rein. Gut. Die ist alle. Sehr schön. Dann... Ach, Leute. Ach, Leute. Sehr gut. Platz schaffen für die Toten. Weißt du, damit die schon direkt abtragen... Ah, was hab ich denn da veranstaltet? Hahaha. In meiner Panik wahrscheinlich. Komplett verschoben, das Ding. Ähm. Da hilft nur eins. Oh Gott. Gerade biegen das Viech. Und ran. So wie ich das mir vorgestellt habe. Ist jetzt ein bisschen schief. Aber egal. Jetzt sind die Gräber wieder gerade gerückt. Ähm. So. Was haben wir denn hier? Es geht auch noch. Wenn halt ein Sterben stattfindet... Dann... Muss ich jetzt auf jeden Fall Platz in den Friedhöfen... Machen. Die haben Platz. Sehr schön. Und... Hier ist die nächste. Die ist voll. Ich mach jetzt schon mal leeren. Ja. Ich mach das echt nicht mit Absicht. Das geht noch. Dass ich auf die Müllhalde klicke, ey. So. Und das gleiche muss ich dann auch noch mit dem... Mit dem Müll machen. Ja. Genau. Da wird geleert. Diesen leer. Und er ist voll. Sehr schön. Jetzt hab ich mehr Platz. Mal auch leeren. Der ist frei. Der ist frei. Der ist frei. Der ist voll. So. Müll. Müll. Hier haben wir... Ah, was war das denn? So. Wie sieht's bei euch aus? 62, 35, 71. Hier gibt's schon mal leeren. So. Das geht. Das geht. Und das geht auch. So. Ich glaube, wir haben's. Genug Platz für die nächsten Toten ist da. Und jetzt können sie ein bisschen... Die wollen immer noch Industrie. Das ist so gut. Das ist so gut. Einfach mal richtig Platz hier machen. Für noch mehr Arbeitsplätze. So. Mal gucken, wenn ich das... So mache. Jawohl. Und hier könnte ich dann halt... Wege rüberbringen. So. Hier eben so. Aha. Geil. Einfach mal so stumpf Verbindungen machen. Gerade Verbindungen. Und hier auch. Genau. Die Mucke kenne ich auch noch übrigens. Wenn wir schon dabei sind. Musik zu hören. Kommt mir alles bekannt vor. So. Wollen wir noch Wege. So. Mal ein paar hübsche Wegverbindungen machen. Da. Schön. Ein paar gerade Straßen. Dies ist jetzt komplett halt ein bisschen Deko-Kram. So. Da könnte ich auch mal so ne olle Verbindungen machen. Stört ja eh niemanden. So. Und... Um den Rest kümmern wir uns irgendwann mal später. Hier vielleicht nochmal. Ich glaube wir uns. Play. Play this shit Ach ja, Gewerbe Darum könnte ich mich auch kümmern Hier haben wir viel Platz und sowas Oder hier, guck dir das mal an Was hat daten? Warum habe ich hier so viel Platz? Oh nein! Ich weiß, was hier war Ich bin so doof, stimmt Ich habe hier jetzt Winter weggemacht Und hier sind all die Wintersachen Meine ganzen Wintervergnügungsdinger Sind alle verschwunden Scheiße, stimmt ja Die hatten hier Alter, Kacke, bin ich doof Ja Jetzt fällt es mir gerade ein Ich hatte doch in meinem Matroschka-Viertel Hier auch so ganz viele Winterfreizeitdinger Hier war was Jetzt weiß ich, was hier mir fehlt Geil, jetzt weiß ich Hier war doch auch irgendwie so ein Platz Genau Genau hier Shit Die Bäume sind halt wieder anstelle Wieder erschienen Weil Ja Ich habe die Bäume Wurden hier übergeschrieben Quasi von den Wintervergnügungsparks Und sitze wirklich frei Mir, was ist das für ein riesen Platz, Alter Ja gut Dann haben wir Platz für anderen Kram Und Das machen wir jetzt einfach mal Ich mache nämlich schnell die Straße hier Im Fußgängerweg Auf den Grund Wenn es in die geht Ach Ganz komisch aus Ich mache mal das Ding weg Shit So Ich kann das hier ja schicker machen Mit den Straßen Das sind hübsche Straßen Mit Bäumen Ich überlege gerade, wie ich das hübsch mache Ein Winkel naturisch Und hier auch So Und hier halt What the fuck Und hier die Sachen einfach stimmt gerade verbinden Ja So Und so Und dann Gummeln Fußgängerwege ran Dieses Gepiepe nervt so sehr, Alter Ach So Lieber auf den Grund Ich mache einen geschlingelten Weg Vor allem Anarchies an Die Fähren haben zu gering Ah Verstehe Okay Dann Hier ebenso Ich mache das dann aber damit So Und dann überall Geschäfte dran Hier nicht Hier Geschäfte, da Geschäfte Sehr schön Und hier kommen sie dann rein Vielleicht Ein Park irgendwo Wo Platz ist Hier mache ich erstmal Geschäfte rein Und hier kommen Parkplätze hin am besten Hier kommen Parkplätze hin Und hier kommen Parkplätze hin Hier kommt ein Park hin Mal gucken, was Oh, das ist perfekt Anarchie Ja, doch ein bisschen doof Alter, was ist denn hier los? So Das ist gerade nicht passiert Katastrophen wahrscheinlich Oh, Leute Alter, wer stört gerade massiv What the fuck So Fertig Und die Höhe davon Mal ein bisschen absinken Achso Okay Die machen wir ein bisschen höher Ja Ich habe die so wie ich will Hier kommen Parkplätze hin So Ne, das ist nicht gut So Wo kommen noch Parkplätze hin Warte Hier Neben dem Feuertor Zwei Stück Da und da Und Ja Hier ist so rum Ne, so rum ist doof Und hier rum Mit Grillen direkt am Schluss darauf Sehr schön Und ich hoffe Die Leute Ja Das 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 Parken ist Ein bisschen schwierig Vielleicht sollte ich die Zäune doch wegmachen Weil Mit dem Auto Hier reinfahren Und dann Stehen alle schief So rein theoretisch Aber egal Machen wir jetzt Jetzt habe ich hier ein paar Sachen entfernt aus Versehen Ähm Ich weiß auch warum Da mache ich mal Voll Die Zindes Das ist aber doof Mal gucken Ja Ach guck mal hier parken schon welche Geil Das passt schon Passt schon So Play Dann schauen wir mal was sich hier so Äh Was hier geschieht Gebäude verschwinden Weil ich hier erst versehen Die Sachen hier weg mache Alter Alter Schwede Nee Die nächsten Sachen verschwinden Das wäre dann nicht so schön Mal gucken Gewerbegebiet wird aufgebaut Ich mache mal die Bäume weg Sehr schön Es wird fleißig aufgebaut Finde ich sehr geil Das Zeug wird an den Mann gebracht Ob das Sterben beginnt Ähm Statistiken Machen wir mal ein Screenshot Geburtenrate Creenshot mal dafür Das will ich mal einem Kumpel schicken So Hier wird geparkt Hier fehlt wieder was Geil Jetzt kann ich wegmachen Vielleicht kleinere Geschäfte So Hier randen die Parkplatz Länglichen Tipptopp Wie dafür gedacht Ähm So Busse Kommen da an Ich versuche mal so einen Weg noch zu verlagen Ein Meter Höhe Natürlich geil Kann ich das in mir niedriger machen So Genau Und dann Schütze Ich überziehe schon wieder Ich zerstöre ich ihm nix So Hier vielleicht mal einen Weg rüber Wird ja endlich verbunden Ja Ja So Gut Gewerbe wird aufgebaut Hier fehlt irgendwie eine Anbindung Sehe ich gerade Ach Gott Was habe ich jetzt wieder angestellt Nein Oh nein Ich muss mein Kuban jetzt wieder neu machen Da sieht irgendwas komisch aus Egal Das mache ich dann vielleicht nächste Episode Vielen Dank für euer Zuschauen Screenshot Time Ah Bugeli-Ruckel Scheiße Die ganze Eisschlittschuhbahn Fehlt komplett Naja Egal Jetzt habe ich halt das hier Inshot Und würde sagen Vielen Dank für euer Zuschauen Ich bin für Kommentare Kritik Euer Abo Und das Glockenbimmeln Sehr dankbar Wird mich daran freuen Und würde sagen Man sieht sich dann in der nächsten Episode Adios Amigos Das Glockenbimmel Das Glockenbimmel Das Glockenbimmel